Okay, also ich finde tatsächlich diese Laserwaffe ganz gut, aber ihr dürft halt nicht reinlaufen, ne? Darfst du nicht auf uns schießen? Ja, mach ich ja nicht. Das ist ja mit den anderen Waffen genauso. Schau, weil da war ich. Schau, weil da war ich. Schau, du. Oh mein Gott, oh mein Gott, nein, oh, ich verpasse, ich verpasse den Trick. Wuuuh. Ich frage mich, ob das so ein Achterbahn-Feeling hat. Wahrscheinlich. Ich bin der Stahlwiese. Ja, hab ich gelesen, hab ich gelesen. Okay, ich bin am Staddo. Bereit. Stahl. Well, you come from Vikings Culture. So blood is cool. Well, I do. I do. Yeah, probably yes. Okay, ähm, sollen wir bei der optionalen Oben parken? Parken. Abtrünnige Vollstattstatt zerstören. Wir müssen das untere zuerst machen. Ja. Bevor wir zu dem hier können. Ja, aber ist halt doof, das ist optional. Vielleicht machen wir es dann so im Kreis. Oh ja. Ah ja, oh, das können wir machen. Wie wär's hier. Okay. Also wir würden das machen, dann das Hauptding, dann zu dem gehen und dann abhauen. Ja. Ja, okay. Uh. Wie wär's hier? Hier? Ich würde mir gleich noch was zu trinken holen, tatsächlich. Wie wär's hier? Das ist die Braum. Ähm, ja, ich würde mir glaube ich nice die Zitrone tatsächlich machen. Meine Ausrüstungswahl war voll okay, oder? Jo. Gerne. Das sind schon echt viele Türme, die du dabei hast. Viele Türme, Schmürme. Ne, find ich gut, find ich gut. Hallo, ich bin doch der Engie, Schmengie. Da bin ich wieder. Bebe. Hey, alter Marco, was hast du denn für eine geile Rüstung an? Tja, hab ich mir grad geholt. Wie viel teuer ist die? Ne, ist aus nem Battle Pass. Ist der aktuellsten. Und was macht die? Ähm. Ich glaub, wenn ich angeschossen werde, dann zuck ich nicht so viel. Was? Ah, felle Leute, okay. Wenn du angeschossen wirst, dann zuckst du nicht so viel. Ja. Und da gestimmt, regt dein Faller. Das heißt, ich kann weiter durchballern. Ah, okay. Aber das sieht ja jetzt echt voll aus wie ein Star Wars. Wisst ihr was? Okay, Tim hat schon nen Rucksack, aber ich würde Schildrucksäcke mitnehmen. Schildrucksäcke? Dann habt ihr alle nen eigenen Schild. Ja, okay. Würde ich dann einfach droppen. Okay. Okay. Ich nehm gleich die automatische wieder mit. Ja, die ist ganz gut. Ihr habt gesehen, was meine Auswahl ist. Wie viele Tümmel möchtest du haben? Ja. Der Engineer, ich mein Engineer. Das bin ich. Oh, I know what would be a nice Exxonist gift. A DNA Ancestry Test. I'm not sure, honestly. I don't care about my roots, honestly. I care more about the way I'm walking. You know what I mean? Was hast du, Kevin? Mich echt mal freuen, an der Hauptwaffe mit mehr als leichter Panzer-Durchdringung zu haben. Ja, ich weiß nicht, wann die ersten da kommen. Ja. Bald. Noch 60 Medaillen oder so. Ja, okay. Start initiiert. Marco, konntest du dich bitten, by the way, das neue Musikvideo im Chat anzuheften? Kann ich machen, ja. Das war ein Träumchen. Jetzt musst du leider meinen zweiten Bildschirm und Fireflies alles ausmachen. Ja, das Spiel, das kostet viel. Das Spiel läuft uns gar nicht. Ja. Aber jetzt geht's. Halbwegs. Dankeschön. Dankeschön. Wo's? Saints. Saints coming. Ah, äh, äh, Saiyajins. Heißt das so, oder? Was ist? Land auf einem. Ach, ach, ach. Hab ich denn den Kopf weggebracht. Du bist auch... Alter. Den Reichweite darf ich verstärken. Okay. Gucken wir mal. Ah. Äh, gerade eben, als wir gesagt haben, oh, wir haben nur noch acht, ähm, Wiederbelebnungen. Ja. Wir brauchen nicht eine mehr, ne? Ja, ich denke mal, sobald wir uns anstrengen, läuft's. Alter, was, 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 was? Ähm, Haffelarien. Aber unsere, oder was? Nee. Die haben auch eine. Hast du gehört, was der gerade gesagt hat? Nee. Warnung, ihr seid in Reichweite, fettliche Artillerie. Und ihr kommt irgendwo da aus dem Norden, kommt die die ganze Zeit geschossen. Ja, ja, irgendwo. Okay. Kann ich aber auf nichts schießen, tatsächlich, gerade. Ist das ganz viele? Ja. Ja. Ja, bitte Luft unterstöpft. Ja. Ja. Mach ich. Ich will das nur machen. Okay, ja, die Viecher da hinten. Passt. Oh, da kommt der Artillerie. Was denn? Was denn? Das ist neben dem, was explodiert. Alles gut. Nee, ist weit weg passiert. Ganz weit weg. Alles gut. Oh, nein. Das ist doch ganz anders hier bei dem Platz. Die haben Artillerie, die haben eigene Waffensysteme. Ja, aber ganz ehrlich, die Käfer hatten auch Artillerie, die hatten auch, die hatten unsichtbare Käfer. Außerdem wächst man ja mit seinen Herausforderungen. Genau, da ist nämlich eine Artillerie. Ja. Oh mein Gott. Sagte die Dame, die gerade auf ihren kleinen Qen im G-Sitz, wartet, dass hier so ein paar Roboter vorbeikommen. Wo ist das Dier? Ja, ich hab die in der Hand. Ja, ich hab die gerade. Wo muss ich die hin? Da oben rein. Oh Gott. Bei mir ist alles chillig. Oh, schön. Oh. Guck mal, dass ich die Artillerie hier entgelegt bekomme. Aua. Alter, die schießt die ganze Zeit. Alter, die hat mich gesniped. Was ist los? Euch noch viel Spaß. Schau mal raus. Dankeschön nochmal für den Follow und danke fürs Zusehen. Eine hab ich. Auf Wiedersehen. Eine hab ich schon mal bekommen. Okay. Kann ich die auch abschießen? In Reichweite der feindlichen Artillerie. Ich weiß nicht, ich kann's probieren. Okay. Aber die haben mich gerade, die haben die Zeit getroffen und dann immer durch die Luft geschleudert und dann war ich irgendwann tot. Ich geh da mal hin. Zweite Roboteries. Ja. Bye bye, MG. War schön mit dir. Tschüss. Wir haben zum Glück nicht diese krassen Kaputt-Rennies tatsächlich. Hallo? Find's voll? Au. Oh. Au. Komm wieder hoch. Wo komm ich denn hier lang? Oh. Da ich hier rüber rumgehe. Oh, da ist schlecht. Bei mir ist gerade viel Party los. Was ist gelb? Ich geh. Weiß ich noch nicht. Ah. Für die Sekunden habe ich mein Sperrfeuer wieder. Kommst du hier runter, ja? Ja. Jetzt, wo ich meinen G verlassen habe. Halli-Hallöchen, wie geht's dir? Als ob du das überlebt hast. Alter, was? Oh, da ist eine Artillerie. Oh. Aber ganz tief gerade, ne? Ja. Oh, da ist direkt einer hinter uns, ne? Hab ich gegrillt. Schön. Wo ist denn da noch einer? Da hinten, ach da sind die ganzen Dinger. Hier ist einer. Da ist einer. Au. Daneben. So, eine. Oh. Okay. Komm mal. Wohin? Weiß. Nur was er schon rum zerstört. Oh shit. Widerstehen. Widerstehen. Nicht meine MG. Widerstehen. Nicht meine MG. Nicht meine MG. Ja, riesiger kommen bestimmt ganz viele Gegner jetzt. Wird es noch ein Zünder geben. Na ja, das war's. Ja, ich soll ja warten, bis die Flare kommt. Von hier aus nach Süden? Flare. Wo? Wo? Noch mal machen, ja. Nein. Oh, ich wollte gerade. Alles, was wir hier wegmachen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Kommt nur, nicht da! Denn so ein goldener Strahl ist. Endlich. Wo denn? Ähm, Sünden auch. Iiii, Marco hat Pipi gemacht. Wieso musst du davon erzählen, Marco? Ohne Witz, ne? Wir beide streamen und du unterhältst dich nur bei dein Urin. Und threatenedum, der muss man mehr trinken wenn der Gold ist. Ja, das ist es weh, der his book is. Ich mach einfach. Ah klar. Ja. Ich habe ne Granate gemacht als Unterstützung. Da kommen noch einer, muss drauf. Dieer war immer was Goldene. Wir haben wieder mal erfolgreich ihre Demokratie zu tun haben. Ich glaube, ich sollte Sängerin werden. Probier es mal, das könnte ein erfolgreifer Berufszeug werden. Ja, ne? Ja. Aber wenn du bekannt wirst, bitte vergess uns nicht auf dem Hinflug. Vergiss uns nicht auf dem Hinflug? Ne, kein Ding. Ich hab auf dem Hinflug verstanden. Aber nur da. Möchte von euch jemand ein Schild? Ja. Oh, kommt hier rein. Kommt zu mir. Hält das Schild einer panzerbrechenden Ding stand? Weiß ich nicht. Marco? Er zählt gerade auf dich. Wieso? Ich mach nur, wie Schmippel es dann hält. Ja, 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 ja. Ich hab die leider jetzt verstanden. Du musst uns retten. Ja, I try. I try. Mein Schild ist kaputt, oder? Der regeneriert nicht. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Jetzt ist er da neben. Jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er wieder kaputt. Ey, mein Geschütz ist direkt kaputt gegangen. Sofort. Ähm. Und der Tim auch. Ich hab dich, Tim. Ähm. Ja. Also meine MG ist leider weg. Schott. Guck mal, Wiebke. Was denn? Da steht noch eins. Oh. Oh. Ich kann hin. Oh. Perfekt. 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 Oh mein Gott. Ich wusste, dass dieser Ort noch Ausschlag gibt. Ich dachte, die anderen gehen weg, wenn du ein neues wirfst. Das ist cool. Wie soll das weggehen? Ach, die bleiben. Muss nicht. Aber ohne Witz, Marco. Ohne Witz. Ohne Witz. Du sagst mir das nach dem Kampf. Jetzt bin ich hier oben drauf, ne? Jetzt bin ich hier oben drauf gerannt. Hast du mich gerade geschlagen? Nein, hab ich nicht. Hast du die Frau, die auf der MG steht, geschlagen? Aber weißt du, was das Gute ist? Ja, dass er den Konsequenzi-Song jetzt lernen darf. Egal, was passiert. Kennt ihr noch den Konsequenzi-Song? Ja. Immer wenn du auf dem Geschütz sitzt, ist alles gut. Ja. Muss ich öfter rufen, was? Ja. Ja. Ja, machen wir öfter. Ähm. Wie ging der Konsequenzi-Song nochmal? Warte? Was bringt mein Konsequenzi-Song? Ja, ich hab doch so einen Konsequenzi-Song geschrieben. Da, wo ich Cyberpunk gespielt hab. Ja, was ist deutsch, als kommt's? Ah! Nein, 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 nein. Ja, Zim, renn in mein Laser. Renn in mein Laser. Kein Problem. Ja, mach ich das. Ja, dann bist du halt gut, wenn's kein Problem ist. Du willst ja nur, dass mein Friendly Fire nach oben geht, sodass du mich wieder ärgern kannst. Ja. Verstehe. Meiner war jetzt mal übrigens auf Null, ne? Ja, sehr gut. Mach das genau? Was ist denn der Schutzkopf? Ne Flare. Achso, ich dachte das... okay. Ich hab aber leider... Ähm... Ich hab 44 Sekunden, das war eine Morbid. Ich bräuchte ein bisschen... ...Potitionsnachstufen. Achso. Ja, ja. Uh, da ist so'n Großer. Ja. Ich laser den. Das war knapp. Alter, das ist richtig knapp hier. Ja, das Moni. Aber der große Explodiert ist am Schluss nochmal. Da müssen wir aufpassen. Da sind wir mit Moni rum jetzt. Okay, ich werf das hier nach oben. Wie schmeckt euch meine Freiheit? Könnt ich mir aufhören zu schießen? Ich ruf Cap man MG, damit ich auch noch was krieg. Ja. Wo denn? Ist da noch einer? Ich geh mal außen rum und mach dann den... Okay, ihr könnt eigentlich wieder schießen. Ist schon alles leer. Ja. Kann man da... Au. Ich mach mal... Was? Kann man da drauf schießen? Ja, gell? Bestimmt. Ich glaub nicht. Also meine Schüsse war... War zu tief. War zu tief. Also... Ich kann da aber auch nicht drauf schießen. Wenn ich den oberen Teil treffe, dann prallt das alles ab. Da muss man bestimmt eine Hälfte mit drauf schießen. Könnte sein, ja. Das hab ich deshalb nicht geblattet. Und ich setze auf meinem MG-Turm und nichts ist zu tun. Der raucht aber schon. Lade nach! Guck mal, der da ist. Der brennt. Ich gucke mal zurück. Ich kann halt so tief schießen. Ah, ne, doch. Guck mal, jetzt ist er kaputt. Ich hab hier noch den Rest. Hm. Der hat einfach bloß viel... geschluckt. Entschuldigung. Oh. Okay. Vielleicht hab ich fünf Schüsse abgegeben mit meiner kleinen Sweden MG. Oh. Aber lass ich hier stehen vielleicht. Bürger vor Prioritäten evakuieren. Ah, das war's Neues gespawnt. Und I say no more. Außerdem müssen wir gleich wieder Zivilisten helfen, abzuhauen. Ah, ja. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja, ich kann das auch. Manche Leute haben halt Spaß an ihrer Arbeit. Die verbreiten einfach gern Demokratie. Ja. Verbreiten eigentlich auch Frieden oder nur Demokratie? Auf Frieden. Demokratie. Demokratie ist eben. Für den Wohlstand. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, seit... Es ist vielleicht ein bisschen doof, das so zu sagen, aber... Weiß ich nicht. Seit... Seit in Amerika die Wahlergebnisse... Seit einer bestimmten Wahl. Jetzt so fest stehen, fühlt sich das für die Demokratie irgendwie noch so ein bisschen... Gar nicht mehr so... So ironisch an irgendwie. Naja. Aber... Wir meinen das ja spaßigshalber. Wir machen nur Juxis. Amen. Äh... Hier hat's... Leer. Also wirklich jetzt? Ja. Ja. Wenn ich das so sag, ist es ernst. Okay, okay. Say no more, Leute. Ich bin gleich... Okay. Ich bin da. Kommt hier noch was ab? Oh, ich bin fast tot. Da ist noch irgendwas. Warte. Ich bin bereit. Ich hab was gebrochen. Ja, ich auch. Okay, good. Wenn du mehr killst mit der MG, haben willst, denke dran, tote Teammates können keine Bots töten. Hahaha. Hab ich mir Tim schon überlegt, als er die ganze Zeit auf meinem Ding stand. Ich hab überlegt, ach komm. Oder als Marco mich gerade gebroxt hat, hab ich mir ach komm, eigentlich. Bitte? Oh! Beide Beine gebrochen. Eigentlich haben wir ja genug Leben, dachte ich. Aber wir wollen ja krass gewinnen, deswegen. Meins. Meinst du? Ja. Du, ich kann dir so wortwörtlich die Eier wegschießen, ne? Wörtlich die Eier. Wörtlich die Eier. Wörtlich die Eier. Wörtlich die Eier. Wörtlich alles. Wir machen weiter, Marco? Ja. Wir machen die Mission. Ciao. Innen und äh. Viel Spaß dir. Ich helfe dir mal, ich kann dir nicht im Weg stehen. Ja komm, treff mich doch, komm. Tanz. Tanz. Ich hab, er hat sich daneben geschossen. Wir können den Tim dann hier wieder unterholen. Okay. Hab ich. Ist unterwegs. Danke. Warte, hier sind deine Sachen. Hab ich markiert. Hab ich markiert. Ich kann bestimmt neues holen. Ja, ich kann neues holen. Geht schneller. 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 Mittlerweile sollten wir uns aber wissen, wenn man da wievke so eine... Möglichkeit gibt, dann nimmt sie die... Ja, ich weiß das. Ich weiß ja nicht. Ich glaub das Spiel lässt... Jetzt müssen wir Leute evakuieren. Bei der schlimmste Seite einfach. Ja. Ich hab in 6 Sekunden meine... Ja, ja, in der 5. Seite ist wirklich der Alpha einmal. Schauen wir uns da Muni in die Mitte. So, komm! Dass die keine Waffen haben? Ich helfe euch auf jeden Fall. Also ich hab von hier oben ne ordentliche... Ja, da kommen tatsächlich welche von dir. Ich bin bereit. Also können sie. Ich bin hier gearmt. Also kommen die zu euch, werden die gemurkst. Definitiv, ja. Ich bin wirklich eiskalt auf ihrem geschützten Level. Wieso eiskalt? Ich hab's bestellt, dann muss man ja auch nicht verschwenden. Guck mal, ich kann von hier helfen. Ja, wie es jetzt eiskalt alleine lässt hier. Da kommen jetzt Drops hier. Bei euch. Wenn du die... Ja, ich bin bereit. Die hängen unten dran an den Schiffen. Ja, ich weiß. Hab ich schon ganz oft abgeschlossen. Nice, nice, nice. Guck mal. Perfekt. Also ich seh nur Trümmerteile runterfliegen. Ich hab alles. Schön, ne? Ist mal alles kaputt, ne? Ich lass es regnen, Leute. Kein Problem. Kommt noch irgendwo was? Weil ich seh... Ah, da. Wir benötigen ein Geschiss. Beautiful, oder? Nö. Wunderbar. Also bei uns ist grad echt nicht so viel. Das ist gut. Äh, Tim, du bist grad von der Knopf weggelaufen. Das ist auch drückend. Oh, ich hab's gar nicht. Ja. Komm, hier ballert was, aber... Ich guck nur zu Wiebke und seh da in der Sanddüne 200 Türme stehen. Ich seh nur viel, ja. Das hier ist, äh, Shuri, das ist Pengpeng und das ist Piu Dongs. Oh. Ja. Piu Dongs? Piu Dongs, ja. Ich hab nur Piu Pengpeng und du doch. Aber den letzten, den nehm ich nie mit. Es gibt aktuell leider keine Skins für Türme. Ja. Ich hätte zum Beispiel auch den... Aber letztes Mal seid ihr so gestorben, dass ich den nicht mal mitgenommen hab. Ach. Nimm mit, wenn du den willst. Ich will doch nicht, dass ich sterb. Mein kleiner Tesla-Turm. Oh, da ist doch einer. Kehren Sie jetzt zurück. Ach, nö. Mein Türmchen ist leer. Ja gut, I tried. Ja. Ja, bitte, geschützt. Falsch erkannt. Oh. Ah, sehr schön. Leute, ich hab Freunde. Ich hab Freunde. Oh, ja. Ich hab Freunde. Mehrere anscheinend. Ich glaub an euch, Türmchen. Ich glaub an euch. Das sieht der witzige aus, die lieb von da oben runterschießen. Ein Türmchen? Das ist wirklich eine kleine Armada, ne? Schau mal wie hübsch. Ja, das ist, ja, das ist cool. So, hier auf der Nordseite müssten wir weiter finden. Auf der Nordseite? Ah, da unten. Alter, man sieht durch den... ...webel nicht so viel. Ja. Äh, Nordosten. Ah ja. Stimmt, das Optionale ist da, oder? Ja. Wir sind jetzt quasi hier an diesem Riesenstein vorbei. Aua! Was denn? Hab ich sie getroffen? Gut. Irgendwie. Oh, ich steck fest. Hilfe. Wissen Sie? Ich hab meine Hälfte. Ja, dankeschön. Warte, Hilfe. Ein Scammer? Ja, ja. Ja, ja, ich... Okay. Auf welcher Stufe spiel wir? Ähm, jetzt gerade spielen wir auf fünf. Äh, gestern haben wir zehn geschafft. Nee, ist es drückt. Nee, ist noch fünf. Wir machen doch fünf für mal drei Missionen davon. Hast du ja, ja. Ja. Wir haben zehn geschafft. Oh mein Gott. Aber das ist jetzt nicht zehn. Max haben wir gestern zehn gemacht, ja. Aber ich bin so stolz, ja, ja. Seit Marco gesagt hat, dass es krass ist, muss ich das in jedem zweiten Satz erwähnen, denn ich bin ein Zehn... Ha, 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 ha. Entschuldigung. Ja, das ist nicht mal Level 20. Ja, das stimmt. Ich hab' nicht mal alles beigeschaltet. Das stimmt, ja. Nee, wir kämpfen mit Billigzeug. Ja, aber ehrlich gesagt ist das schon ziemlich krass, gerade. Management spart bei uns. Das Management, wuh! Äh, uh, vor uns leuchtet alles mögliche. Was ist das? Noch 20 Minuten. Oh, glaube ich weiß, was das ist. Uuh! Wir haben noch ein Flüster gezogen, ne? Au! 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 Nein, es geht für uns. Spielt ihr nur zehn. Wheelie. Okay, wir haben es einmal gemacht und dann haben wir gesagt, so, wir haben es abgehakt. Als nächstes machen wir die Bots. Aber, ey, ohne Witz, ne? Wir haben die Zehner Käfer geschafft und dann haben wir eine Zweier probiert und dann wären wir fast gestorben als Zweier bei den Bots. Ohne Witz, ne? Ohne Witz. Ohne Witz. Yeah. Ohne Witz. Lade nach! Oh, hier ist ne, oder? Ey, der Laser ist richtig stark gegen die Bots. Kann das sein? Also, die, äh, das Optional ist aber hier hinten. Wir müssen ein bisschen weiter... Ja. Hm, was ist da lang? Oh, da ist ein Raumschiff runtergekommen. Ich mag das Biom sehr, hier, was wir haben. Oh, da ist der RT-RTC gekommen. Ziel in der Nähe. Ich stelle zur Wiebke mal, äh, nachschubigen. Ja. Eieiei. Oh, wo bist du denn? Ich bin durch die Gegend geflogen. Ja. Ja. Ah, Käfer! Lass mal ein Stück zurück. Ja, da hin. Könnt ihr einen Arterlob-Geschlag machen? Ne. Ich glaube, ist fertig. So, äh, wo musst du denn? Ja, wir haben hinten noch welche. Ich glaube, der wollte jetzt hier jetzt zu mir auch machen. Ach so, nein, nein. Ja, dann ist noch das... Zehn Käferkloppen ist nicht so anstrengend wie gegen Bots. Dann die ganze Zeit ohne Ende die große Factory. Was? Und dann mal keine... Was? Nicht spoilern. Hey. Okay. Nicht spoilern. Ich hab gerade gesehen... Geh weg davon, weg davon, weg davon. ...mein... ...count. Übersteuert ab und zu kann das sein. Das kann ich nicht sein. Okay. Ein bisschen leiser gemacht. Bup, bup, bup. Haben wir hier alles gemacht? So. Jetzt die Radarstation. Was heißt hier noch? Ja. Radar. Ah, ja, ja. Komm, ich hör die ganze Zeit irgendwie so elektronischen Krams so irgendwie hinter mir oder so. Ich weiß auch nicht. Ja, manchmal... Jetzt wären da noch Roboter, weißt du, bis hier. Meinst du hier bei der Kuppel? Ja. Oh, mein Gott. Wo ist denn Fahrer? Oh, what? Ein Fahrer? Ja. Mein Plan war, die Beine wegzuschießen. So. Oh, oh. Eliminiert. Wieso immer vor mir? Ja. Ich weiß es nicht. Ich war doch gar nicht da. Ja. Komme. Ich hab hier einen Dingsbums gemacht. Ich find's ja witzig, dass du Roboter bei uns zum Laufen. Ah. Äh. Hallo? Achso, muss ich nachgeladen. Lol. Ich dachte, meine Muni kann nicht... Muss nicht nachgeladen werden. Ja, ich hab aber leider nix. Ich hab doch grad für die Mission das gemacht gehabt. Aber das ist da drüben leider. Da... Ich hab jetzt schon wieder neu. Nee, das hat leider viel zu hohen Pooldown. Aber vielleicht kann ich sowas machen. Sind die runtergedroppt, oder? Jo. Okay. Komm nicht zu close, weil ich hab mein Raketentürmchen hier oben, ne? Äh, ich hab auch nochmal was gemacht. Das geile Nimmst du da zu dir. Das ist, was du die ganze Zeit hörst. Ah. Okay, on my way. Die sind knapp tot. Okay, ich hol dir Muni. Hm. Okay. Ich hol den Adler hin. Äh, eine Sekunde. So, eine Sekunde. Oh, ich kann's wieder machen. Brauch ich wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ja, jetzt nicht. So, ich komm jetzt nochmal. Dann rufe ich das mal nicht. Okay, cool. Ähm, das hat sich gerade selber einig. Da kommen wirklich einige, ne? Ja. Doom. Okay, das scheint doch schon mal gut geklappt zu haben. Hier hinten sehe ich gar nichts. Sie sehe ich auch nichts. Kommen wirklich noch welche in Schaden? Boah, zum Glück hab ich mein Geschütz geholt. Äh, was heißt hier nicht spoilern? Ihr seid zehn gelaufen. Da begegnet ihr alle Einheiten der Bots. Nein, nein, nein. Wir haben bei den Bots noch nicht zehn gemacht. Wir haben zehn bei den Käfern gemacht. Bots ist gerade unsere erste, so richtige Mission. Wir haben gestern mal zwei probiert. Aber das nur ganz kurz und aus Jux. Aber Bots kennen wir noch nicht. Also, nicht so richtig. Nicht die anständigen, großen Bots oder so. Ja. Deswegen nicht spoilern. Bots kennen wir noch nicht wirklich. Deswegen haben wir ja gesagt, die Bugs haben wir auf zehn geschafft. Genau, also die Käfer haben wir auf zehn geschafft. Nach rechts muss das einmal. Gegen oder mit dem Unzeige sind? Äh, gegen. Wieso? Ja. Und passt. Bye-bye. Überhitzung starten. Das ist nicht nur in der Luft. Ähm, Richtung Osten kommt noch mal ein Haufen an Gegnern. Ja. Fliegt das Ding jetzt in die Luft hier, oder? Ich schieße leider die ganze Zeit hier in den Sandhaufen, habe ich das Gefühl. Das war noch Radarstation. Achso, weil da stand Überhitzung starten. Oh nein, Flair. Oder Übertragung. Da stand Überhitzung. Ist ja nicht, ist ja nicht. Ja, warte, dann nutze ich die Gelegenheit. Oh, komm. Da kommt ein Rück. Okay. Okay. Ja, wenn nötig. Okay. Okay. Okay, bin ready. Okay. Okay. Komme. Also, ich mag meine Türmchen. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich finde die voll cute. Zum Sinn. Irgendjemand einen Schritt zurück. Ah, was. Ah, sehr schön. Ah, sehr schön. Okay. Habt ihr alles? Ah, da ist noch ein kleines Fabrikatoren-Ding. Okay. Komme. Ja, alle Fabriken müssen weg. Äh, ich hab noch. Cooler. Läuft in der Wüste ein Einzelner. Läuft in der Wüste ein Einzelner. So dort. Rüße. Ich hab mich direkt weggelasert. Oh, hier vorne sind ein paar. Oh ja. Hup, ich hab eine Granate geworfen. Meier, ich verfahren. Meinst du da unten das Ding? Ja, genau. Ich guck bei dem Ding hier noch, ob es da noch was zum Sammeln gibt. Da ist jemand gerade an meiner Rakete vorbeigelaufen. Dachte ich gerade auch, Alter. Huhuhuhu. Das war ja mal richtig knapp. Ich hab's gesehen und dachte mir, Alter, ey, das war ja mal übel knapp. Äh... Hast du auch gemerkt, wie still ich geblieben bin? Ich hab' den Hauskopf um ein bisschen die ganze Zeit rum. Hahaha. Da hast du recht. Das ist gefährlich, weinst du? Das ist richtig gefährlich gewesen, ja. Fort, außen, außen zerstört. Oh, was ist da hilfreich? Ähm, passt glaub ich. Ich hab' die Munition im Rucksack. Ich hab' die Munition im Rucksack. Alter! Hab' das da auch im Kanal, ne? Ja. Oh. Ja, okay. Ich hab' den link noch keinen. Was ist das für ein Leuchtener blauer Laser? Ist das unser... Ah, okay. Guck mal, ich bin links da unten. Okay. Ja, ich bin grade hier am Schießen. Weil hinter mir auch leider. Und die holen mich leider auch von meiner kleinen... ...MG-Stellung hier runter. Ja. Klingt irgendwie pervers, die MG-Stellung. Das ist ähm... Mit zwei Rohren. Klingt wie so'n Frauenarzt-Ding. Klingt wie so'n Frauenarzt-Ding. Klingt wie so'n Frauenarzt-Ding, was? Weiß ich nicht. Und jetzt bitte mal auf den Stuhl stellen und machen sie bitte einmal die MG-Stellung. Ja, aber man ist jetzt zwar beim Frauenarzt. Aha, aha. Haben sie irgendwelche Unterleibsschmerzen? Aha, haben sie nicht? Okay, alles klar. Und sowas halt. Ähm. Wieso? Der Bot, der den Extraction rufen will hier. Alter, da oben machen die alle Part, die auf dem Ding da oben. Ja, wirklich. Ähm, Marco, machst du mal? Ist das auch gut? Ja. Okay. Nachladen? Okay. Boah, die machen da wirklich alle Party. Ha. Ja, ich will auch mit Part, die machen. Das ist ungefähr. Also, ich freu mich dann auf den Nachschub. Feuerholt. Oh mein Gott. Kloppt einfach. Laser den. Der ist kaputt. Kann es sein, dass man den noch von hinten irgendwie kloppen kann? Ja, oder mit einer Durchdringung. Ja, ich weiß nicht, ob mein Laser tatsächlich Durchdringung hat, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das hat ja auch mit meinem Rückstoß freien Gewehr drauf, dass das funktioniert. Pass mir nicht, dass ich gerade meine Türmchen schießen höre, da hinterm Stein. Pass mir gar nicht, dass das gerade explodiert ist, mein Türmchen. Wait, meine Türmchen können nicht explodieren. Wer hat denn hier Artillerie? Artillerie! Tim! Das ist sehr nah, ne? Ne, das war weit weg. Ne, nur ein kleiner Luftschrank. Ach so, ah, okay. Ah, wisst ihr, was ich jetzt zum Glück gerufen habe? Glück gehabt. Glück gehabt. Wo? Wo, Leute? Ping mir. Ping mir, ich bin ready. Von jeder Seite, ich kann. Aha. Durch das Feuer, da kommen die. Okay. Ankunftzeit T-1 Minute. Bin bereit. Oh mein Gott, da kommt auch mal was. Ey, hier an der Seite auch, ne? Richtung Osten. Ich hoffe, das Rote ist nicht zu nah. Okay. Ich kümmere mich um die Sachen aus dem Süden, ja? Ich bin da. Okay. Ich bin da. Wie, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oh mein Gott, ich habe so einen Stormtrooperanzug fällt mir gerade ein. Der wird ja richtig gut passen. Ne, mach doch mal. Als Stormtrooper? Mach ich mal. Gute Idee. 5 Sekunden Ich hab aber nur so ein Billo-Ding Ich hatte es früher mal auf Raider Oh geil Ah, Martin! Dankeschön für deinen Support! Wie geht es dir? Wollen wir rein, oder? Ja, ich komm rein, ich komm rein Ich komm rein! Für die Demokratie! Ja, tschakka! Tschakka, Leute! Oh my god, we did it! Mit vereinten... vereinten Kräften haben wir liebevoll weil wir Demokratie verteilt Leute, Hand in Hand mit sehr viel Plomo und nicht Plata haben wir alles alles auseinander genommen damit jedes noch so giftige Metall auch auf den Schrottplatz kommt so möge Regen den Rest erledigen wir haben die Basis der Computerteile gegeben Genau Tschakka, Lord Tschakka 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 means something different How we use that Alles paar Nette hier Hopft euch auch Ich drücke euch mal ganz doll Ah, sweet von dir, Martin Sweet von dir Ja, alles gut Alles gut, alles gut Ey, heute vorhin ist ein Guck mal, da oben Der Link hier Schau mal Ey, leider wenig Zeit für Twitch die letzten Monate Macht dir keinen Stress Macht dir keinen Kopf Das ist voll okay Keiner ist dir deswegen, Matt Gar keiner Also nur die Zeit, die du brauchst Alles mögliche, was du machst Ist so Ist so Bei mir fällt das Rot nicht so auf Oh ja Ja, stimmt Acht mal bitte auf meine Präzisio Tja, Leute Ach, das ist der Laser, wa? Ah, ja Ich weiß gar nicht, was bei dem gezählt wird Also wohl nicht so gut, würde ich sagen Ich weiß ja nicht Du hast dann vier am meisten Kills Bitte? Du hast dann vier am meisten gekillt Das stimmt Ein Sieg Für die Demokratie Das stimmt Und nicht einmal gestorben bist du gekillt Ja, ich hatte ja mein MG-Türmchen, Leute Ich hatte ja mein MG-Türmchen Und mein Schild Dein Schild Ja, 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 ja Ich hatte dein Schild, dein Schild, dein Schild Das meinte ich Meine Axt Deine Axt Und Mein Bow Ja, ja, ja Ich weiß aber nicht, wie es weitergeht Ein Bohren fehlt noch an dem Spiel hier Ich glaube, es gibt eine Armbrust, aber Das wäre so richtig altmodischer Bogen Ben Das wäre witzig Ein Kompositbogen oder sowas Hm Achso, oh ja Klick mal auf den Link Hier Ich habe neues Musik-Video gemacht Hm Und ich bin stolz Richtig stolz Ich würde jetzt auf den Aufklärer-Drohnen-Booster sparen, ja? Das ist der 40 Punkte Oder ist der nicht so geil? Da gibt's noch einen davor Nee Wenn das zwar heißt halt, dass wir auf der Karte mehr Ähm Mehr scannen können Ich meine, das ist auch okay Mehr scannen? Ja, also, ähm Wenn die Karte aufmachst, siehst du ja Gegner um dich rum In so einem Pulsierenden Ich mach nie die Karte auf, tatsächlich Ja, okay Ja, gut Ja, also das andere Der nächste ist auch auf der nächsten Seite ausdauern Ja, ja, ja Aber da musst du ja noch sparen Ja, okay, dann spare ich einfach meine Punkte Ich muss die Seite aber noch freischalten Da wollte ich gerade sagen, ihr müsst euch die sowieso meistens holen Die Sachen Ja Damit ihr weiterkommt Von daher Hm, okay, ja Und bevor du gar Bevor einer von euch dann gar keinen Booster hat Hm Kann man noch den nehmen Ja Ich würde mal eine ganz tiny kurze Pause machen Weil ich brauche was zu trinken Und, äh, ich würde mir eine heiße Zitrone machen, ja? Okay Also, tiny kurz Abkalen heute Okay, be right back Okay Okay